Willkommen zurück bei The Long Dark. So, wir nehmen jetzt nochmal das Zeug hier. Machen nochmal Hagebutten. Dann machen wir hier nochmal einen Kaffee. Aufheben? Wie aufheben? Achso, nee. Kräutertee. Warte mal, warte mal, warte mal, Moment. Kräutertee. Nee, vergiss es. Garen. So. Okay. Äh, was haben wir denn noch da? Na, gar nichts. Einen Scheiß haben wir da. Aber wir können ja gleich hier so eine Fackel nehmen, ne? Genau. So, das kann man mal trinken. So, Temperatur steigt. Kann man hier... So, wir müssen Kaffee machen. So. Auch das mal trinken. Okay. Aufheben. Ja, das haben wir schon mal, ne? Es bleibt nur noch was zu essen. Aber wie? Das ist ja lustig. Hm. Na gut, vielleicht gibt es in der Dose was, ne? Ich laufe jetzt da gleich zur Dose hin und gucke dann mal. Weil das kann es ja auch nicht sein. Dann nehme ich hier eine Fackel mit. Aber obwohl... Es wird heller, ne? Ne, nicht wirklich. Schaut nur so aus. So, trinken wir mal einen Kaffee. Okay. Können wir einen machen? Ne, jetzt geht es nicht mehr. Machen wir mal Garen. Warte mal. Hallo. Nein, Wasser sollst du nur machen. Wasser. So, nochmal. Wasser. Wasser. So. Noch mehr Kaffee. Oh. Okay. Jetzt kann man hier... Ne, 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 ne. Nicht dringend. Bist du verrückt. Verwenden. So. Dann können wir jetzt hier Garen. Nö, geht nicht mehr. Okay, dann nehmen wir jetzt die Fackel mit. Und gehen. So. Los, los, los. Wir gehen jetzt los, wir gehen jetzt los, wir gehen jetzt los, la, 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 la. Dudelidum. So, wo war das nochmal? Das war weiter vorne, ne? Eigentlich brauche ich ja gar kein Licht, oder? Ist ja für hell genug hier. So. Was ist denn da? Du hast gar nichts. Ne. Mal weiterlaufen. Wir müssen da hin, wo der Wolf war. Ja, ja. Ist schon recht. Na, der Wolf war doch hier, oder? Oder nicht? Genau. Müssen wir jetzt hier runter, oder? Ja, vielleicht weiter vorne. Dann, wo es nicht zu steil geht. Wo es nicht so steil runter geht. Oh, langsam, langsam. Langsam, langsam runter. Langsam. Langsam. Mensch. Schrei nicht so rum. Du Depp. Ich gehe mal schnell da hoch. Schnell, 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 bevor der kommt. Na, weiter, weiter, weiter. Nicht stoppen. Geh bloß weiter. Weiter, weiter, weiter. So. So. Und hier muss doch jetzt irgendwo das sein. Irgendwo im Schnee. Das da? Nee. Okay, wir nehmen jetzt das Teil wieder. So. Wo zeigt denn der Pfeil hin? Wo zeigt denn der Pfeil hin? Irgendwo ist das Ding. Komm schon, hier muss doch hier irgendwo sein. Wo ist denn die blöde Kiste? Hm. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Kiste? Wo bist du? Wo ist denn der? Hä? Ich sehe keine. Ich sehe die Kiste nicht. Ja, toll. Mann. Muss das sein jetzt? Wo ist denn jetzt diese Kiste? Ich sehe sie nicht. Ich sehe keine. Muss ja irgendwo sein. Lass uns die Schuhe abdrücken. Hä? Warte mal. So. Da irgendwo. Muss ja hier irgendwo sein. Irgendwo hier. Wo ist diese verdammte Scheißkiste? Komm schon, ich finde dich. Wo bist du? Wo bist du? Wo? Okay, speigert. Hä? Wo ist das? Ich sehe die Kiste nicht. Kann ja nicht. Ach hier, da ist die Kiste. Ach Gott. Klettersocken. Brauchen wir nicht. Wasserflasche, nee, Zeug. Oh Gott. Ja, das hat es jetzt vollgebracht, ne? Okay, ablegen. Gefroren. Dann ziehen wir die an. Und machen die weg. So. Auf die Kiste hätte ich jetzt auch verzichten können. Da wäre ja auch nichts drin. Naja, gut. Kein Essen, nix. Das ist doch scheiße. Das ist doch bescheuert, ey. Ähm, Reinigungstabletten brauchen wir doch nicht. Ne. Der Wasserflasche habe ich jetzt. Was mache ich denn damit? Hm. Ich habe keine Ahnung. Something's making me feel tired. Habe ich die jetzt nicht mit Kindern oder was? Oder hat er die da mit reingeschüttet? Ah. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, mal was speichern. Jetzt haben wir die Kiste gefunden. Jetzt laufen wir mal zurück, weil bringt ja nix. So. Einfach mal zurücklaufen. Achso. Achso, ja gut. Ich könnte jetzt hier eigentlich auch ein Feuer machen, schnell. Warte mal, geht das? Brennstoff zum Feuer machen benötigt. Oh Gott. Okay, kann ich auch nicht machen. Dann halt nicht. So. Dann wieder zurück. Was soll's? Warte mal, hier ist ein Zweig. Auseinander nehmen. Und was bringt das jetzt? Ach, jetzt geht's. Wenn wir Feuer machen. Hä? Okay. Gut, dann machen wir jetzt Feuer. Dann machen wir's jetzt Feuer machen. Wenn's hier anders geht. Ja, wahrscheinlich war ich jetzt ein Zweig gehabt, ne? So. Brennstoff hinzufügen. 22 Minuten. Da unten war noch was gelegen. Genau, die Fackel war da gelegen. Da war da auch noch was irgendwo. Hä? Wir waren hier nicht irgendwelche Stöcke rumgelegen? Gibt's doch nicht. Was ist das schon wieder hier? Was ist das schon wieder hier? Boah, Stöcke. Ja, jetzt liegen wieder keine da, ne? Jetzt wo ich welche brauch. Das ist so typisch wieder. Naja, einer. Hm. Ein einziger Stock. Das ist ja echt viel jetzt. Ja gut, was soll ich machen, ne? Jetzt, äh, setz ich mich da hin und lass mich jetzt wärmen einfach mal. Kann man jetzt nix machen. Kann er versuchen, was, äh, hier... ...schnell zu garrennen. Jetzt hab ich keine Töpfe mehr. Hier wird Wahnsinn, ey. Mann. Das ist so bescheuert hier, ey. Naja. Wenn ich jetzt ein bisschen... ...warm. Ich hoffe, dass, äh, Kaffee mich auch ein bisschen aufheizt. Was ich jetzt nicht mehr dran glaube. Aber was soll's. Ah, eins können wir vielleicht noch schaffen. Okay. Ja, Temperatur steigt. Gott sei Dank. Oh, warum geht denn das jetzt wieder nicht? Garen. Okay. Ne, 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 nicht dringendem Horse. Verwenden. Ah, fünf Minuten. Ich glaub nicht, dass es noch... ...ne, ne. Das schafft er nie mehr. Mist, ey. Naja, gut. Ein bisschen geht's dann nach oben. Das können wir da mitnehmen. Brennstoff haben wir keinen. Tja. Daneben nicht. Okay. Dann laufen wir jetzt weiter. Hüfte nix. So. Find ich jetzt ein bisschen was zu essen. Ein paar Rohrstängel da. Wenn's schon nix anderes gibt. Da ist wieder ein Stock. Na, jetzt brauch ich auch keine mehr. Hier sind die ganzen Stöcker. Guck mal. Da. Mein Gott. Äh. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauch, oder was? Hä? Ne, hier geht's nicht hoch. Ah, 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 ah. Haha. Geil. Und er rennt weg. Das ist gut. Oh, oh. Ich seh nix mehr. Warte mal. Okay, jetzt. So, jetzt gehen wir zurück, oder? Oh. Zurück, zurück, zurück. Hau ab. So. Okay, der ist jetzt weg. So. Jetzt können wir beruhigt dorthin laufen, wo wir hinwollen. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, glaub ich. Vorm Wolf. Oh, guck mal, da vorne. Was leuchtet denn da? Ist das unser Feuer noch? Oh, das wär cool. Das wär cool jetzt. Wenn da jetzt noch unser Feuer wär. Also, den Wolf sind wir jetzt los. So. Können wir mal essen. Nee, ist ein bisschen was. So. Erschöpfung verringert, abgelaufen. Okay. Laufen wir dahinter, ob da was ist. Ja, ein Zweig nur. Das bringt nix. Na ja. Da vorne ist unser Feuer noch. Von vorhin. Jetzt hab ich ja ein paar Stöcke eingesammelt. Jetzt können wir wieder hier, ihr wisst schon was, machen. Na, lauf weiter, komm. So. Naja, wenigstens etwas, ne? Tatsächlich ist das doch unser Feuer hier. Ist ja lustig. Brennt immer noch. Okay. Das ist unglaublich. So. Brennstoff hinzufügen. Kann man nochmal ein bisschen mehr reinmachen. Wunderbar. Okay, hier Garen nochmal. Jetzt können wir nochmal Wasser machen. Zack. So. Eine Dose nehmen wir lieber mal mit. Wer weiß schon, wer weiß schon, was hier noch passiert. Weiß man ja nicht. Hunger hätten wir noch hier. Na ja, jetzt müssen wir halt das Gewehr wiederholen, ne? So, das da können wir ablegen. Das ist kaputt. Glänzende Lackporling haben wir. Können wir jetzt irgendwas machen? Nee. Nö. Mit denen von, mit denen man Fische fangen kann. Ja. Wir haben ja nichts zu fangen. Kann ja jetzt hier kein Loch reinmachen. Geht doch gar nicht. Ausgebrannt. Der Tag kommt auch bald. Aber die Temperatur geht hoch. Sehe ich gerade. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann mal gucken, wie hier das Survival noch weiter geht. Kommt mir vor, wie hier Rüder Janneberg. Kommt mir vor. Also. Dann bis zur nächsten Folge von The Long Dark. Tschüss.